Wie heißt denn du noch mal? Ich kenne dich doch noch aus der Jugend. Äh, Chantamiau? Warte, ich glaube, ich kenne dich. Hey, ich bin mal Let's Play und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Formlife. Wir sollten jetzt, ah ja, da ist er doch, habe ich mich doch noch richtig erinnert, der Hof von Fanta Miau. Alter, was der da für Autos hat. Wahnsinn. Fritschi-Boy. Pfff, ich krach die mal alle weg. Da steht schon ein Auto, dann stelle ich mich mal hier hin. Ah, da ist er ja auch. Mensch. Ach, hallo. Was geht? Ja, alles gut, Peter. Letztes Mal. Und bei dir so? Ja, auch. Ich habe alles in den Kühlschrank gegeben und, ja, bin sofort hierher gefahren, nachdem ich aufgewacht bin. Du hast hier sogar eine Bushütte? Bushütte. Ja, Bush. Hier, hier wird eine Bushütte. Das heißt Bushalterstelle. Und ja, hier, ich habe hier eine. Es wird noch eine da gebaut und noch ein paar andere. Aber ich habe mich eingesetzt, dass die Buslinien hier im Moment jetzt besser werden. Ah ja. Ich weiß nicht, dass es überhaupt große gibt. Weil hier kommt man nur mit dem Auto weiter im Moment. Okay. Ah, was ist da? Ich weiß. Ich habe auch ein Rot. Wir sollten nochmal weg. Dann können wir ihn ja beide ausprobieren. Upf. Was ist? Das war jetzt ein bisschen. Das hat mich ja richtig weggeschleudert, als ich ausgespielen bin. Das ist mein... Okay. Kannst du auch einsteigen? Probier mal. Kannst du einsteigen? Äh, warte. Ich muss da, glaube ich, ein bisschen hier auf der Seite. So, hier. Nee, geht nicht. Ich kann nur den Invent... Also, deinen... Deinen Kühlschrank kann ich da drin öffnen. Ja, warte. Dann probier du mal zu fahren. Ich traue dir das zu, dass du da niemanden verletzt. Wirklich? Ah, du hast mich aufgespießt, Junge. Einmal vertraue ich dir. Du rennst aber auch in die Spitzen rein. Okay, gut. Das sind deine Felder. Was hast du hier angepflanzt? Warte, ich schaue mal. Äh, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube, das sind Spargel und Kohl ein bisschen. Fleißig, fleißig. Vogelscheuche hast du? Fleischbaum. Ich habe Fleisch angebaut. Nein. Das sind die einfach Sachen. Hey, jetzt hat dir jemand hingekackt. Ja, wenn du das isst, das ist richtig eine geile Droge. Oh, äh, blau Korn, nein. Blumen, Blumen. Viele Blumen habe ich eingebaut. Der Mais sieht aber nicht mehr so gesund aus, oder der Weiz, was auch immer das ist. Okay, also. Ich habe das gar nicht gesehen, Junge, das ist ja unauffällig. Gehen wir mal darauf, was hast du da oben? Ähm, ich glaube, Stroh, oder? Ja, genau. Doch, ja, doch, Stroh. Warum weißt du nicht einmal, was du da oben lagerst, Junge? Ja, weil ich das selten raufgehe. Das machen meistens meine Mitarbeiter. Achso, okay, verstehe. Also nicht, dass ich jetzt reich bin, aber die leben halt auch bei mir. Okay. Was hast du sonst noch, die Hühner? Oder sind das Hühner? Schau mal, ich bin jetzt in Fenster geflogen. Aber das sind die, die Küken! Ah, komm her! Ich mache ihn zu. Ja, aber da war so eine Tante, da war so eine Tante. Die hat gesagt, wie lange Enten leben. Enten sind schon bis zu... Ich glaube, jemand hat sie umgebracht. Ich glaube, ihr, du hast sie gefeuert. So. Nein. Ah, da ist sie. Oh, nein, das war sie. Das war sie. Melodie war das. Du kannst live more than 20 years. Ah, hier hast du Enten, okay? Tag, oh, Bertag. Sieht sehr schön aus, Obstbäume. Verkaufst du die auch bei diesem Ding? Weil ich habe mich jetzt ein bisschen schlau gemacht über Nacht. Da habe ich kurz am Handy was gegoogelt. Und das ist... ...laugt Google Maps eine Obstplantagenfirma. Und die hat da so ein Riesending hin platziert. Und verkaufst du das dort? Äh, ja. Ja. Okay. Ja, schon so, ja. Okay. Darf ich eh rein? Ja, dann natürlich. Alter! Wenn ich habe sie eingeladen in mein Haus, darfst du natürlich rein. Hey, aber dein Haus ist echt schick. Schicker ist wie meine Bude. Ja, aber... Ein bisschen komische Aufstellung von Zimmern. Doppelbett? Ach, zwei Schlazimmer. Hast du bitte eine Freundin? Wissen wir da was nicht? Ich habe drei Betten, Junge. Ja, eine Frau oder eine Freundin. Und für mich ein Bett. Weil du ja mein Kind bist. Nee, nicht das Kind. Sohn. Sohn, komm her, Sohn. Ja. Nee. Ich bin dein Freund und deshalb hast du dein Bett hin platziert. Okay. Ich würde mal sagen, danke für die Führung, gell? Ja, gern schön. Ist echt schick hier. Gefällt mir gut. Also wir sehen uns dann irgendwann im Sommer, oder? Was ist das? Hallo? Hey, was machst du? Hey, warte. Hey, hey, du. Hey. Hey, du. Sag mal, was machst du? Junge. Hey. Was ist das? Was ist das? Du machst du schnell. Was machst du? Was machst du? Geh. Ja, warte. Du, 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 du. Hey, Frechheit. Was? Was machst du, du, du? Halunke. Verbrecher. Busch. Verbrecher. Oh. Verlack. Egal. Also nicht egal. Also nicht egal, aber... Ja, egal. Egal, dass wir in der Ausdustrikäne... Oh, jetzt kommen wir. Ich habe ein Schwert. Ich habe ein Schwert. Uh. Jetzt kann es nichts mehr. Oh, oh Gott. Da flüchtet. Dieser. Flüchtet. Wo ist er? Nein. Egal, aber das war's mit der Folge. Lasst auf alle Fälle eine Bewertung da und tschüss. Bis zum nächsten Mal.